Er sagte, ich wollte halt überreden, dass wir ein Projekt zusammen machen können. Und Dali hat gesagt, vielleicht, aber nur unter einer Bedingung hier. Hier dieser Kugelschreiber. Meine Mission für das war, ein Videotape von diesem Pen zu machen. Und viele neue Dinge haben davon passiert. Und sie können es nicht beobachten. Und das haben nur ganz wenige Leute. Aber ich hatte so ein System gehabt. So, und Dali hat immer gesagt, wenn ich da so drauf gucke, so. Diese Boligrafung hat all den Hommage zu Raymond Roussel, die Dali hat euch auf deinem Kopf gelegt. Sie gehen in den Kopf von Dali und auch durch Roussel. Ihr habt wirklich gesehen Roussel? Es werden die fähigkeiten der scientifischen Fähigkeiten, die ihr in der Hälfte von 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 der Hälfte. Er ist spannend. Manche Leute fragen sich, was Jesus würde tun? Ich frage mich immer, was Raymond Roussel würde tun? Roussel war ein komplett Drog addict, homosexuelles, und hat die gesamte, große Schulden der Familie. Adam Beltenz, ich glaube, Proust und Roussel sind die zwei großen Schriftstern von seinem Tempo. Dass die Räume raus aus seiner Plüte war, während er schriftst. Der Wort gloire bedeutet, in der Geschichte der Art, das bedeutet, ein Halloum. Ich. Ich. Ich.